Erkennst du das wieder? Ein kleiner Unfall. Es könnte nur ein kleiner Schnitt sein, aber es blutet sehr stark. Natürlich gibt es einen Erste-Hilfe-Kasten, aber wo ist der zu finden? Hier ist er ja, aber wieder ohne Pflaster. Na, da ist noch ein Rest, aber wo ist die Schere? Es ist wirklich schwierig, alles mit einer Hand zu erledigen. Mit dem Quick-Fix-Spender werden die Dinge einfacher, wenn ein kleiner Unfall passiert und das Pflaster auf die Wunde aufgetragen werden soll. Der Spender kann überall eingesetzt werden. Nach der Montage sind die Pflaster einfach zur Hand, nur ziehen und das Pflaster ist bereit. Du kannst es mit nur einer Hand auf die Wunde auftragen. Jedes Pflaster ist einzeln verpackt. Es ist hygienisch und einfach, schnell erledigt und zurück zur Arbeit. Immer griffbereit, wenn die unangenehmen Dinge des Lebens passieren.